viel spaß und wenn du dich dann menschen wird es passt das familie form sie so dämlich sind du wirst 100 prozent mal die selbe akzept bekommen das ist uns anschauen wie der agency stirbt was soll ich machen soll ich dir soll ich den hiel hinwerfen durch den dagger werfen was soll ich machen ich wünsche ich könnte helfen aber ich habe nichts überhaupt nichts der fälscher hat sich jetzt ein bisschen miss position der war 700 gold wert bei der way im üblichen gut da mache ich nichts ich komme gerade nicht mehr rein die und die von dingens musste sowieso weg die idee ist nicht schlecht war noch der mensch wir sagen mit dem doppel ist wieder für das war ja 500 und junge Junge hier ist noch nicht fast ich habe was zu probieren da ist also helfe aber irgendwie habe ich bock und wir haben eh keine chancen mehr also von daher machen wir das einfach machen hier in der mensch oder kommt hier raus wenn sie sind welche fisch ist das lustig lustig die bekommt schnell schnell verwerten hat gute geld erst mal zwei stunden der kirche sein warum du musst in die kirche um zwei stunden in die kirche was hast du gemacht also hast du gestes kommunion wir hast dich irgendwie so am feitag so da bin ich da bin ich ganz froh also nicht in die kirche bin ich ehrlich denke da oder habt ihr so osterfeuer oder was was gibt es also predigt und alles wahrscheinlich nur irgendwie so ich habe keine ahnung deswegen frage ich kann ich gegen mich fahren finde ich finde ich immer noch super gefällt mir richtig gut die waves ja eh dafür obwohl die kreuzung von jesus erfüllen was okay das nächste freitag ich konnte die dinge sich werfen sehr frech ja ich habe der mensch achtung gott was ich da richtig kacke hingestellt sehen du warst ein bisschen zu motiviert es war ein bisschen zu viel so es war einfach nur wir hätten einfach rausgehen lassen sondern alles gut ich war jetzt nächste woche schon richtig bock über gespannt wie der dienstplan aussieht werde ich am samstag herausfinden weil es selber richtig schlimm werden habe ich bestimmt wieder nachgehalten 15 überstunden also gar kein bock ich will gar nicht wie wenig shit i don't want to do this ich muss mich heute noch bewerben irgendwie bei kopf oder so ist ja ganz gut so ist ja ganz gut mal einer ohne barren war die chasen hier gerade alle ne ich tage du hier erst mein mod of course ist er hier wie findet was was eure meinung zum thema osterbrot ich will das zeug ja so eklig da sind rosinen drin ich bin auf meinen nacken wenn du die runde gewinnst gut dann streng ich mich jetzt doch wieder an rosinen sind so geil ne rosinen sind schon hart eklig die sind verschrumpf mit der traur ist und warum ist man sowas würde mich echt interessieren bin ich ehrlich das war immer osterbrot ist aber rosinen sind love echt ja oh gott er ist in a mann seiner top name war nicht der pick bin ich ehrlich ich habe gedacht die carried uns chat ohne dem hacker und so bin ich der einzige quasi engage das wird ja super also die g ist an der stelle oh ja oh mein auto kann nicht mehr raus ach so nicht schlecht I take it. Topcarry, auch ich nicht wusste, das macht Butler genauso. Macht Jungle genauso, ich auch. Einfach so ein... Oh, zusammen. War so ein Team-Ding. Oh, ich muss nicht schreien. Zumal. Bye. Oh. Egal, wir kommen zu den GG. Dankeschön. Dankeschön. Oh. Oh, ich zieh mich heute nach. Oh, 2. Oh. Oh, ich zieh mich heute nach. Oh. 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 Oh, das ist gut. Oh, was ist das? Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh yeah. Oh yeah. We're the Olaf. Let's do this chat. Can you sing? Can you sing? No. How to work. auch ein bisschen zu es ist noch schief als sonst ich kenne ich gerade das ist nicht mein problem jetzt nicht band warum soll ich seit wann ich kann gegen den spiel im soms dort schon lernen ich bin viel schlimmer ich finde auch alle anderen champs viel schlimmer so kina sind wenn ich jetzt noch irgendwann noch mal geben finde die mission dauern alle so lange chat wenn die geben sich gewinnt kriegst du hätt keine mission gefüllt gemacht jetzt kann man dann spiele ich rede dann verliere ich mir die rede sie genug wege nach oben führen ja so finde ich auch so schlimm bin ich ehrlich oh tp cutter ja weniger so dann schauen wir mal ich kann nicht explain das reaction ach scheiße habe ich nie die neuen skin und ich muss gegen akali ran ist das ist der weg ist das vielleicht der weg das 11 gegen schätzt das entscheidet jetzt was ist es ja noch nicht der pc skin nein ich habe kein geld ich kann mich ja kaufen deswegen muss ich das spielen und ich gewinne keine games und kriege auch die mission nicht gemacht sieh du ich bin jetzt übrigens gleich gold 2 what do you think about that i'm insane boah riot strafft mich so sehr dafür dass ich kein makro kann ey ich habe das es ist es ist es ist es ist double exhaust bot lane ist broken immer die kreise keine kneift bei mein general prestige zu prestig zu bekommen war auch in kampf glaube ich dir glaube ich dir gern die macht aber ein gutes juhu ich weiß noch nicht was ich heute essen soll wie geht es dir war nicht wie games laufen sich ziemlich 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 beschissen wir haben uns das nicht alles makroaktuell bei der die erscheint aber doch mal ein tätchen mal okay dann reden wir nach dem stream i guess also kein fleiß kein reis ja weiß ich was ich essen soll es geht nicht so kennen die ja auch liebe das ist schon mal eine schöne sache ich habe keine ich habe ich habe noch in die sache ich kann nicht mehr rechtzeitig wechseln kopf hoch ist meine setback ja wir schauen ich habe ich werde nie wieder irgendwas lernen so ich das gefühl aber nicht durch die rein ist schickert so hart nervt so sehr immerhin habe ich ein hübschen skin mit hübschen haaren auch so lange haare haben was habe ich denn gekauft hier hallo ich würde das hier kaufen ich würde so starten ist ja voll cringe what the fuck ist nur gruselig dass man mit offenen augen schläft ich hätte das gefühl ich habe mir so alles so schon versorgt was er mir mehr betrifft dass ich nicht beklemmen kann auf dem account ja nur gern back to platin und dann spiel ich auf dem anderen i guess und hätte ja gern den prestigium will ich gar nicht posten und ananas ist bester nee bad toast ananas ist disgusting wirklich also ich habe ananas gar nicht posten und gurken und so das ist nice noch knäckebrot ist nice aber das macht leider nicht satt also scheinen noch mal die sonne will ich mit dem hund raus gehren toaster weiss worth nee ich muss gegen akali ran oh nee mein biggest brain 4 match up alles macht satt wenn man genug davon isst ja aber wenn ich 24 kette brot knäckebrot esse dann muss ich 24 knäckebrot essen und habe ich mir die ganzen belage ist quasi umsonst alles aufgeschmiert noch kacke es ist lieber was das mich wirklich satt macht anstatt 50 bekämpft ich muss gar nicht nur duschen schaffst du das muss einfach nur ganz schnell duschen gegen kett also fast schauer hier noch ich kriege die beiden links durch akalis positionen vielen dank danke sehr eigentlich nur schraub es geht ich habe das erste mal gegen akali hat getradet ich freue mich war ich gefühlt nie was er ich habe mich so viel respekt vor akali dass ich mich gar nichts traue was ich habe mir selbst die haare nicht mehr gewaschen habe ich brauche zehn minuten zum duschen weil ich dann so noch für sich machen wir so so shampoo dann so den körper und dann mache ich hier wie heißt das spülen rein und dann durch das drei minuten extra und dann hast du so zehn minuten duschzeit das schlimmere ist eher die haare wieder trocken zu kriegen ich oha akali ins fokus das habe ich support kannst du denn sein musste in zwei minuten duschen aber ich muss vorher meinen papierkampf fertig kriegen naja ich verstehe ich schon ich verstehe schon gleich wieder dead gold ist mein elo der karsix kann mich auch nicht in den dinge und killen hier gegen isolation und so aber ist natürlich ein ehrenjungle und hat die wave was geht hallo jude wie geht es gefühlt sich anheuer edel zu sein als ich oder sind hier so wie es geht jetzt immer hoch aber auch so bezeichnen hier so gut jetzt nicht nur was kannst anfangen rein zu pushen dankeschön für dein prime sub nesu ne prime sub nesu vielen lieben dank so wir waren jetzt kassel war topsteil raus ich glaube das hilft uns nicht wieder die bottle ist jetzt base das ist ja was jetzt nicht so smart die bordens mal nicht schlecht wieder rum ne ich glaube von akali ist gerade raus das könnten wir in sich ausnutzen das k sind gleich level 6 k moved aber grad schon so von wegen so okay kai sie wieder ist wieder gefahr wir haben vision im jungle unglaublich ne unglaublich ist ja richtig amazing sage ich euch aber ich habe es reicht ja dann nicht nur wie schade ein bisschen zu so hart gegeben wird der gäste hat sich das cool hey dddd warum krieg ich aua aua agro aua agro aua agro aua agro geiles wort aber tru tut es tru tut es tru ist es ja irgendwo ne es ist ja es tut schon weh aua aua ja wieso nicht anders das schafft gerade was sie verleihen aua aua ja die pushen jetzt ungünstig rein ne pinkwort nochmal mitnehmen vielleicht red shingle wir sind jetzt hard ahead wir müssen eigentlich roam ne unser lead ausbauen aber schwierig wir können halt auch diven gehen ne und was die jetzt machen wenn ich dann da gewesen wäre werden die safe dead halt ich sehe nur eine person der ich wirklich truste wenn das so gut ob so wie support ist und das ist jule so ich wette jule könnte es auch schaffen ein so wie jungle durchsehen zu lassen wie die teuren geht zu spülen hey let's go good luck dir ich wünschte mit dir wenigstens den ersten platz du hast du mir den seelen sowieso nicht gesehen ne hab ich noch nicht sorry gert ich vergesse ab und zu dass du zero oTP mittlerweile wirst im so sorry mittlerweile ist ja schon super lange jetzt mittlerweile mit mit der zeit jetzt ach deutsch Aber ich denke, ich habe so viel Angst, so. I don't know. Aber ich friss mich ja Akadi auf. Ich weiß es nicht. Maybe. Und ihre Ehe macht sie auch nicht viel. Ups. Ich bin super strong, so. Ich weiß nicht, wovor ich Angst habe. Oh, vor dem habe ich Angst. Hier vor dem guten Mann, hier. Hallo. Da war ein Käfer im Busch. Sehr viel Böses war da im Busch. Und äh, hui. Hängt auch fast, wie man kaputt rufen. Ja, aber ich will ja kein OTP. Nein, nein, nein. Nee, kann gar nicht sein, Kat. Bist du doch gar nicht. Oh, Kragas. You tried. When you try your best, but you don't succeed. Das passt gerade sehr, sehr gut. Das sind meine ganzen Games, finde ich. Die Katte bekommt jetzt einen Patch im Buff, Shai. Ja, ob es wirklich so geil ist, weiß ich nicht, ne? Aber ich, also ja, klar geht's im Buff, das ist nice. Aber ob es dann klappt, ist die andere Sache, ne? Ja, dann ganz schön. Nice. Ich dachte erst, ich verkaufe den Naughty Luster, weil ich da so übelst weird bin und sie noch shroud hat und dann alles. Shai kein Käfersammler. Doch, ich hätte ihn gern gesammelt, aber so Solo... Ich glaube, mit Divine hätte ich ihn gemacht, komplett. Bin mir aber unsicher, wir hätten ihn auch so gemacht. Und die Estillation ist schon böse. Ich bin immer noch nicht einmal geromt, ne? Dafür roame alles zu mir, ist auch mal schön. Hade ich in Sief wechseln jetzt, ja. Und no ping, danke für den Follow. Vielleicht können wir gleich einen Lane-Roam machen. Mit der F... Nö, 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 nö. Sag's nicht so laut. Und jetzt hören die das. Ich glaube, wir können das schaffen. Bleiben die ja gegen die Base. Ich will hier was machen. Irgendwie was. Okay, alle daraus sind immer noch da. Ich will hier bitte irgendwas machen. Da, lautet das bitte irgendwas, Mann. Ihr seid solche Schlaftabetten, wirklich, ey. Anders, die solche Idioten. Ja, das spiele ich richtig gut, dass man da bestimmt, ja. Ganz ehrlich, stirbt noch hier. Du hast Flash, aber du kannst Flash-Hook machen. Nein, wir warten einfach. Zoe ist die Einzige ohne Spearship. Dann gehen wir erst so, wir machen sonst die Civil. Passt doch. Das ist doch alles möglich, ne? Nie wieder, ja, nie wieder. Junge, ich sag nie wieder. Da hab ich schon wieder komplett Q durchgeskillt. Ich krieg's nicht hin, also ich krieg's nicht hin, äh, nicht Q zu skillen. Ich guck mal, ob ich dann nachmoopen kann, ob das hilft. Ne, ne? Oh mein Gott, da kriegt's ein scheiß Vieh wieder. Er stirbt da oben. Oh nein, Kha'Zix. Ne, mach doch jetzt nicht diesen. Sobald ich roe, mach nie alles alleine, irgendwie. Ah, die könnte Bot sein. Ja, die Spot. Scheiße, zu spät gepinkt. Komme ich da jetzt noch hinterher, muss ich es nicht hinterher zu holen. Das ist so die Frage, keine Ahnung. Wahrscheinlich hier nicht, ne? Die sind feuer, denn sobald ich ankomme, sind die dead. Ich mach da gar nichts, right? Ich guck mal. Ich guck mal. Och Mann, ey. Ich hätt gedacht, ich wär zeitlich viel zu später gewesen. So, you know? Ich hab noch nicht Deffen gemacht, deswegen. Wenn ich jetzt am Drake sind, könnte ich die maybe interrumpen und dann mal für was schauen. So, hier ist gewordet. Wieso, hier könnte man sich holen, aber die hat dann aber Flash, ne? Mach halt nicht. Besser Mitte annehmen oder so, I don't know. War nicht, der Raum dahinten war so schlecht. Wieso, wieso mach ich den, dann verstehe ich nicht. Hier kein Flash mehr. Jetzt flasht du. Für die scheiße flasht du jetzt. So, denn das war immer noch so strong, denn wir landen. Keine Ahnung, ich spiel nicht mehr. Deswegen kann ich dir nicht sagen. I don't know. Deswegen, also, bestimmt. Also, er skatert da, aber wurde halt ein bisschen genervt, so. Du musst es eben gestoppt und gelaufen. Oh, du kannst roben, ey. Gut, dass ich es noch nicht gemacht habe. Oh, je, 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 je. Oh, ich sehe ihn nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich wollte ihn nicht genalten. Ich habe ihn nicht gesehen. Nur mich exhausted. Naja. Nichts Neues. Ignite, ja, ich weiß, ich habe es gedrückt. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Aber er ist nicht rausgegangen. So frech. Einfach so, so frech. Was ist das, ja? Was mich wieder kaputt gemacht. Der Stein ist da. Ich höre ich mir einfach so eine richtig knackige Pizza heute. Jo. Oh, ne, kann ich so dead gewesen? Ja, weil Reset, dann wäre Reset da gewesen und alles. Aber nein. Das wäre zu schön. Ich komme jetzt noch mal. Ich bin jetzt schon zum 50. Mal bot, aber es ist egal. Die wissen es. Wir haben jetzt keinen Exhaust mehr. Na, dann müssen wir positiv machen. Bei denen, sie haben keinen Exhaust mehr. Und was baut die da? K-moot. Aber das kann ich ganken. Ich weiß. Gut, ich denke mal, es war ja auch nicht so eine Intention hier. Das ist so gut. Die Botlin wird wahrscheinlich mit zu uns mooken, wenn wir noch einen Charge rauskriegen. Das ist aber gut. Klett ist auch da. Oh je, so ein Klett-Oil, die schmeckt nicht so. Bin ich ehrlich. Ich habe mir jetzt auf die Zunge gewissen. Oh, das ist so eklig. Auf die Zunge beißen ist wirklich... Folter. Das ist... Genau, ich denke manchmal, ich blute dann auch extrem oder so, wenn ich mal auf die Zunge gebissen habe. Ruhig, häufig nicht. Aber es fühlt sich so an. Genau. Als ob da auf einmal so 50 Mal mehr Blut durchfließt oder so. Das ist safe alles geworden. Ich habe sogar versucht, die durch die Wand zu wucken. Oh Gott, Junge, du gehst da mit. Alles klar. Weißer? Somebody? No? Ah, hier sind Kallix. Das ist natürlich ein bisschen ungekehrt in der Stelle. Oh je, oh je. Und hier sind viele Leute. Aber Kaisers Wave. Sehr gut. Wir mogen vielleicht zusammen auch. Aber ich habe... Sie hat ja nicht gemufft. Ich habe es ja gesehen. Also ich hätte wahrscheinlich nichts verarbeiten sollen. Oh, bitte, Stöpagakali. Das tut. Bis gleich. Ich war gestern mit Mason Park. Und es war so schön und so leer. Ich weiß ja auch nicht immer, ob der Park offen hat. Der ist irgendwie gerade zu. Hat hier trotzdem irgendwie drin. Ich habe es einen anderen Eingang gefunden. Aber ich weiß nicht, ob ich da rein darf. Und... War nice. War voll schön. Ich spiele nämlich super geil mit ihrer Frisbee. Und es ist niedlich. Jetzt habe ich gerade das magische Wort gesagt. Und sie guckt sowas. Wie bitte? Willst du spielen? Ich könnte sie auch statt ihren richtigen Namen einfach Frisbee rufen. Und dann würde sie auch herkommen zu mir. Wenn ich sage, Frisbee hier. Und sie wäre sofort da. You know? Find ich irgendwie ganz lustig. Hallo, junge Dame. Da ist noch ein Klett an der Seite. Wir sind schlecht. Wir sind sehr schlecht. Winning Old. Man kennt sie. Spielen. Wie bitte? Excuse me. Wir haben 2023. Ich habe das Gefühl, dass keiner von diesen anderen Leuten eine Initiative ergreifen möchte. Aber es ist okay. Ich erwarte nichts mehr. Ei, 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 ei. Ich meine, farbentechnisch geht es ja sogar noch. Muss man sagen. Ich möchte den Turid innen auffüllen. Und würde er einfach raus holen. So. Und die ganze Zeit hin und her. Ne, ich werde mit dem. Ich werde mit dem. Dann habe ich den Turid noch. Muss ich bloß aufpassen, dass mich die so jetzt nicht gleich eht. Und der ist ein Ding auf dem Dagger. Wenn da so ein Ding auf dem Dagger ist, ist ein bisschen unglücklich. Spielen. Ich kann es gar nicht so schnell mit diesen hin und her klicken. Ich habe immer übelst auf den Sack. Also wenn das andere könnte, das ist mega insane. Aber ich kann das nicht. Ich will wieder. Die wird wieder Eckenleiter abhaben. Okay. Ich bin jetzt ready. Okay. Ja, ja. Das ist schon mal gut. Er hat den Hook schneller wieder ab, bevor wir hier Mayonnaise vorgelegen. Ich bin jetzt fertig. Boah, ich komme raus. Easy. Gar kein Problem für mich. Nimm ich mit. Ah, ich würde gerne. Aber wie gesagt, isolated Kha'Zix, den mache ich nicht so leicht. Ich habe Angst, bitte im Rang zu spielen, obwohl meine Mainrolle ist. Deswegen spiele ich ADC, weil ich habe kein Vertrauen. Aber ADC ist doch quasi noch schwerer, als dass ich kacke. Die Wuchs sind gerade echt gut, aber halt ein bisschen too much, ne? Okay. Sondern vier Leute gerade da, das war ein bisschen zu viel. Go einfach, geh einfach Mitte. Ich habe gerade elf Loses in a row in Mitte. So, geh einfach, selbst wenn du verlierst und noch Spaß ist, ist doch alles okay, ne? Ich würde niemanden dafür hassen, dass du meine Mitte verlierst, wenn du mythos... Wer soll denn noch was sagen gegen dich so, hä? Okay, jetzt habe ich mich gekillt. Das verdient. Ich wusste ja, dass die Exos abkommt und dass ich alleine in drei Leute reingehe, war absoluter Hard-End. Aber mit Ungeduld hat er wieder mitgespielt, I guess. Mann. Wenn ich kein Exos abkommt, wäre die dead gewesen. Also wenn du Angst hast, davon geflamed zu werden, ich mache jedes Game gerade deafen. Und es ist so viel angenehmer zu spielen, auch wenn ich weiß, dass die Leute mich gefühlt haben, wahrscheinlich totflamen gerade. So. Es ist so, so viel angenehmer. Okay, das habe ich bis dahin nicht, so muss ich es so machen. So, Melfeld steht aber 3-1. Wir können den Stein noch ins Rollen bringen. Ja, ist es auch. Es macht am meisten Sinn, das zu tun. Sind wir? Wir sind sie nicht. Also wenn du mir sagst, du brauchst den Chat, um zu climben, das ist eine absolute Lüge. Also ich will eine Use for Information hören aus der FF 15 in den ersten 5 Minuten, die dir wirklich was bringt. Die meisten machen gar nichts. Was für eine Illus das gerade? Gold 4. Vom Gefühl her. Ja, bitte lasst du mich stehlen. Ich wünsche es mir so sehr. Davon wünsche ich euch dann, Chat. Ich weiß es nicht. Maybe, maybe not. Wenn ich will, egal wer. Irgendwie mal Damage machen. Der resetet sich nebenbei, so. What the fuck? Nee, ne? Oh, jetzt haben die mich komplett hart gegrieft. What the fuck? Sind die einfach alle nicht mehr da? Wie sag ich? What the fuck just happened? What the fuck? Ich wurde so hartgehend zu gerade. Als ich will rübergehen, auf einmal geht der Melfeld wieder zurück. Like what? Ja, das Enemy First Part, Jungle Diff, das ist so diese casual Sachen. Das ist hier irgendwo rumgegangen, ja. Wo ich mir dann so denke, habt ihr alle Kementer oder was? Richtig. Genauso ist das dann noch meistens. Von diesen XXE-Stift oder Jungle Gap, ja. Genau das. Und das hilft ja auch nicht, besser zu werden, ne? Ich wurde ignited. Frech. Ich denke, das Game ist ziemlich gut zum Reviewen. Meinst du? Da habe ich ja so viele Fehler gemacht. Aber ja, kann man gerne machen. Kann man gerne machen. Wann hast du dann Schluss? Das ist nur heute irgendwann... Oh shit, Alter. Heute irgendwann Zeit, weil ich gerade sage, Oh, ich habe mir gerade so alle Tasten verdrückt. Ja, die Gs. Also nicht die Gs, aber da sind wir alle dead. Ach, Wandel. 16 Uhr heute. Boah, ich muss erst mal... Ich werde bis 16 Uhr streamen mit dem Hund gehen. Also ich könnte wahrscheinlich erst so ab 17, 18 Uhr. Würde das auch noch gehen? Oder wahrscheinlich ja, 18 Uhr würde ich sagen, wenn ich erst mal mache und so. Warum nicht AP Cutter? Darum. Bei AD gerade mehr. Wie nennt sich das? Ist grad Meta. Ist grad besser. Wie ist es eigentlich? Auch. Wenn man spielen kann. Hier kein Stress. Okay, ich schraube ich dann einfach auf Discord, I guess. Ja, und es wird deswegen, weil es Meta ist, wird es auch grad wieder genervt, you know? Nice. Und jetzt duschen. Okidoki. Heilig in Köpfchen. Viel Spaß, Kid. Ich steh nur neu in meinem Game. Ja, ich steh die ganze Zeit irgendwie positiv und mach alles falsch. Spiel einfach mal, weil es Meta ist. Ja! Sehr gut. Ich hab Buchhaltung in der Schule, aber versteh es nicht. Ich hab's auch in der Schule gehabt, ich hab's nicht verstanden. Sind wir schon zwei? Das ist ganz lustig. Ich hab ne 5 in. Das ist jetzt angepinnt. Ich hätte ne 5 in Controlling, bin ich ehrlich. Also legit immer, so. Kaiser aus Botzeit. Unser ADC ist nicht dabei. Das ist scheiße. Sie können das contesten, wenn sie wollen, right? Wir haben immerhin noch ne... Wir haben noch sehr, sehr viele Frontliner. Ui. Ja, die kommen auch. Okay, alle gehen raus, alle wollen fighten. Let's do this. Jetzt können wir weitermachen. Ich hab einfach ne Buchhaltung, so. Ich hefte alles auch nicht ab und gehst an meinen Steuerberater. Ja, das ist doch super. Bleiben wir einfach auf Discord hier auch. Hallöchen! Hallöchen, Panda. Du hast den eigenen Sound Command? Oha! Was soll's denn werden? Und sind die Texte eigentlich von vorne bekommen. Willkommen, willkommen. Soll denn dein Sound Command werden? Jetzt bin ich mal gespannt. Gerne auf Discord schicken, ne? Das wär super. Die Panne, Sascha. Willkommen, willkommen. Haben wir kein Smite? Wir haben kein Smite. Wargaz, wen hast du gesmitet, dass du kein Smite hast, Bruder? Ach, ist das schön. Ich hab auch nicht drauf geguckt. Ich hab mich Tab gedrückt. Hätte man sehen können, dann hätte ich aggressiver gehen können. Aber ist doch schön. Wir gönnen uns den Gegnern, dass wir den Baron Buff kriegen. Panda, brrrrra. Hast du das als Sound? Kannst du mir das schicken vielleicht? Du bist raus. Perfekt. Wie war dein Tag bis jetzt noch, mein Lieber? Wie läuft's so? Mit Arbeit? Also ich gönne nicht. Das ist ehrlich, kein Problem, komisch, aber auch lustig. Ja, dem stimme ich zu. Also es ist komisch, aber auch sehr lustig. Vor allem wenn du Tanks schnallern kannst du Melfi. Das macht richtig Spaß. Ich hoffe nur, ob die Idee, weil Melfi gerade in unserem Team ist. Nicht diejenige sein, die beultet wird. Cute von dem jungen Mann. Ja, ja. Das ist ein bisschen sehr unglücklich hier an der Stelle. Ich hasse es so selber. Wo fokussen wir uns? Warum ist die Geister nicht bei uns? Ich will die Kaiser nehmen und sie woanders hinpacken. Ich will die schön drin machen. Ich habe die ganze Zeit im Bett geschaut und krank. Jetzt habe ich so viel Bock auf Leute, dass ich am PC. Das freut mich, dass du Bock hast auf League. Das ist doch schön. Dann viel Spaß hier beim Zocken, ne? Sie push Kaiser. Aber ich habe den Damage gemacht und die Keiner mich. Das ist wiederum sehr funny. Absolut. Das ist richtig geil. Hallo, Mr. Mii. Hallo. Jetzt ist Kaiser dead so, weil sie, weiß ich nicht, du. Oh ja, gute Besserung. Ich hoffe, du hast kein Corona. Das ist so süß, ne? Soll ich euch mal ein Bild schicken. Warte, schau mal, ist süß. Ready? Ready? Ich gehe gleich mal, schaut mal im Discord bei, äh, oh, wartet. Äh, case in the wave. Mach ich nach der Runde. Bei Pet Talk. Das ist so süß. Ich soll auf jeden Fall noch die Wäsche machen. Ich erinnere mich gerade selber dran. Oh ja, ich rede. Jetzt sind wir wieder zu viel. Wir haben wieder Angst, okay. Bist du mit dem neuen Cutskin zufrieden? Ich liebe ihn. Ich liebe den Skin. Der ist wirklich wunderschön. So, guck mal Discord. Und da ist Matze. Ich fände den Wäsche, Kopf auf meiner Jacke. Bist du geschlafen, bist du mit? Oder bist du einfach schon so wach? Heiligen gesagt, hoffe, ihr habt alle einen fantastischen Mittwoch. Ja, es geht. Aber ich hoffe, du hast einen. Wünsche ich dir auch. Witzel ich nicht beim Team. Ob ich noch einfach raufkollapsen kann? Ist ja auch nicht schlecht. Nisori ist dead. Mit seinem scheiß Vieh, oder? Du steigst jetzt wieder ab und stirb. Dankeschön. Läuft es nicht so nick? Ach, ich mache den nicht fantastisch. Ja, ich habe eine Elba-Losing-Streak. Bin dann abgestiegen von Kladien 4 nach Gold 1. Also, ist nicht so der gute Mittwoch. Muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Oh yeah. Also, nicht so. Gibt es natürlich auch mal. Aber, boah, das tut schon höllisch weh. Da fand ich einen schönen Skin. Wir müssen sie mal positiv sehen. Habt ihr in den Discord-Check geguckt? Äh, in den Discord? So süß. Es ist so cute. Honestly. Labe Digger. Always important. Oh, Kombo. Oh Gott, Alter. By my side. Heißt ja wieder auf und Slip-Push. Ich meine, sie steht 05, hat Schatten und alles. Aber ich verstehe es trotzdem nicht ganz. Gut, aber auch. Das ist zu verrunden. Oh, wir haben nichts weiter. Oh, so close. Aber so geht. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen in Bekannt. Ich wusste, dass ich noch rausgekommen bin. Auf siehe. Oh Gott. Lauf. Das heißt, ich habe mich da übelst in die Scheiß-Position gebracht. Das ist ziemlich schlecht. Oh nee, das ist auch sehr schlecht. Oh, Jucke. Die Kreise da am Arsch. Weil wir uns alle nicht zusammenfokussen können hier. Aber er hat ihn wieder gesmited, ey. Why do I smite everything? Oh, wie das ist verloch. Oh no, no, no. Okay, now let's run. Just run. Oh, ich hoffe echt nicht, dass die wissen, dass ich hier bin, ne? Nicht genug für Hydra. No. Bist du der Meinung, dass es schwer ist, aktuell hochzukommen? Laut meiner Win-Rate? Ja. Ja. Aber sonst, eigentlich, konnte ich mich immer gut halten. So, I don't... I can't tell right now. Also, die sind am Baron-Diago. Alter, gar was? Mach doch keinen Fast auf, junger Mann. Alles klar. Da ist YouTube-Zeit, wo ich meistens arbeiten muss. Tut mir mega leid. Ja, ich habe momentan nur Spätschicht. Deswegen kann ich ganz gut spät streamen, you know? Nice, diesmal habe ich sie. Nice. Das ist unser Soul-Up. Oh Gott, ey. Ich muss rein, oder? Ich muss irgendwas machen, oder? Nee, mach ich nicht. Ich hätte nicht fokussend dürfen. Ich hätte auf KASIX springen müssen, I guess. Schade. Schade, schade. Ich bin aktuell durch die Änderung, das ist echt anstrengend. Ich bin auch auf der Nintendo-Sing-Streak. Ach, fühle ich. Fühle, fühle ich. Ai, ai, ai. Ich glaube, die Kombos hat der Gragas noch nicht so drauf. Den Damage hat er. Aber erholt gut Zeit raus, das ist auch gut. Das ist kalt. Einfach nur kalt. 19 Uhr sind es natürlich aber nicht an deinem Team, sondern am System. Oh nein, hol dich den Kett. Was bahnst du als Kata? Unterschiedlich. Was ist gegen das, was ich verloren habe? Normalerweise immer ja so. Der kommt aber momentan sehr selten. Und da mich wie der Wladimir auch in der Landerast macht, wegen dem Sustain, momentan Wladimir. Jo. Ich meine, Wax ist auch super disgusting und counter dich. Also ist auch super eklig. Ist ein guter Bann, absolut. Wird halt auch super selten gespielt, finde ich. Ach ja. Und diese Apikäuser muss gar nicht mehr wenigstens Pokken treffen. In der Talf muss sie etwas treffen. In der Talf muss sie sein. Ich sehe nicht durch. Ganz ehrlich, ich sehe überhaupt nicht durch. Ich habe jetzt erst auch mein Active Item benutzt. Aber Gragas und Kaisa waren nicht da. Also war dumm für uns da zu fighten. Wirklich. Also Klett ist so eine lästige Kletter. Ist insane. Das ist auch richtig eklig für Kata, finde ich. Den kannst du für die Outchaden. Das ist echt insane. Die wollen überhaupt nicht spielen, ne? Gar nicht. Aber dann war es bad bei uns. Wir haben nicht auf die Map geguckt, dass die nicht da waren. Alter, Gragas. Jo, Aral wird lost, mein Freund. Du Kaisa. Oh! Noch eine Wehe und er ist dead. Nice. Jetzt gibt es Smurf-Action. Nee, wir spielen so eine Warte, bis ich droppe. Einfach das Prinzip. Bis ich eigentlich gewinne auf dem Account. Irgendwie sowas. Ich mache ihm kein Damage. Warum ist das so? Ich möchte erst verstehen werden. Oh, da warum macht er mir so viel Damage? Hat er sich irgendwie Dornwester so was? Warum? Warum macht er mir fünfmal mehr damit, als ich ihm? Äh? Ich gehe dichs. Hex-Drinker. Geh da. Das ist so. Und auf deinem Smurf-Mail-Fielders gewinnst du. Auf deinem Smurf-Mail-Fielders gehen können wir auf jeden Fall später durchgehen. Super, ich freue mich. Oh, wie hat er sich da alles aufgefallen? Ach ja. Dann filmen wir es. So. Gut, wir spielen noch zwei Games. Ich will jetzt Skins rerollen. Das ist jetzt der Plan. Habe ich, ich habe, glaube ich, gar keine mehr zum rerollen. Jetzt kann ich mal gucken. Ich hoffe aber nicht. Dann brauchen wir drei Stück. Mal gucken, was wir bekommen. Vielleicht kriegen wir auch ein cooles Geräte, aber ich denke nicht. So. Ja, ja. Ne, okay, haben wir alle schon. Dann rerollen wir. Wirst du ja auch den Prestige-Cutters genommen? Deswegen spiele ich auf dem Account die ganze Zeit. Ja. Was? So, ich bin Katharina, mein... Nee, überhaupt nicht. Uh, der ist nice. Der ist actually ziemlich nice. Den hatte ich, glaube ich, sogar mal im Josh-Shop, soweit ich weiß. Und das ist los, Matze. Äh, es ist so gewollt, was ich muss dir die Verlinkung später mal anschauen. Oh ja, das stimmt immer noch. Da hast du recht. Absolut. Das müssen wir dringend ändern. Kann ich auf jeden Fall den Prestige-Skin haben. Die haben ja schon gut was dafür, ne? Mal gucken, wie viele Skins gibt's denn hier? Warum kannst du einen speziellen alten Skin anfordern? Warum? Du kannst einen alten Skin anfordern, weil die halt, wie gesagt, nicht mehr... Heißt auf TikTok wie hier? Ich heiße überall so. Genau. TikTok, YouTube, überall. Was gibt's denn eigentlich noch? Es gibt, glaube ich, nur bis 50, ne? Wieso kann man sich den Pass nicht so anschauen? Das würde ich hier gerne mal... Sehen. Liegt hier jetzt noch einfach EG-Haft gewonnen. Ich finde, das kommt ganz auf an. Eigentlich finde ich es überhaupt nicht EG-Haft. Ich habe immer noch mega Spaß in den Gelb. Ich bin nur so enttäuscht, dass ich gerade so Rückschritte mache. Und ich bin mal gespannt... Also wenn ich jetzt heute... Ich wäre heute von zwei Leuten gecoacht. Einmal von Kloppy. Mechanically wahrscheinlich. Mechanically Makro. Und von Seelo auch makromäßig. Bin ich ja gespannt. Ah, mit Mausrad. Echt jetzt? Ah, na, danke dir. Danke dir für die Info. Ist super, dann schau ich danach mal.